Ich hab's geschafft, ich bin nicht geplatzt. Guck mal, wie schön das schon ist. Könnte ich ausflippen, wie schön das ist. Pass auf farblich so gut. Oh, wie schön das ist. Oh mein Gott. Guckt euch das Licht an. Wow, sie. Survival. Es ist survivalig. Wir haben eine Axt. Das ist so schön. Was ist das? Warum leuchtet das? Oh, Note Items. Ach, wie cool. Oh, Storage Box. Oh Gott, es ist alles schön. Alter. Ich flipp ein bisschen aus. Es ist so, wie schön wollt ihr euer Spiel machen? Ja. So sehr ist es. Ich glaube, ich hab noch nie so ein schönes Spiel gesehen. Ganz ehrlich. Das ist richtig schön. Was haben wir hier alles? Dinge. Wir haben viele Dinge. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Jetzt mal im Ernst. Das ist Hammer. Schön. Ich nehme einfach mal Dinge mit. Wir können bestimmt Dinge damit bauen. Erstmal mein ganzes Inventar vollmüllen. Ach, hier hab ich was zu essen. Ach, meine Axt und so. Ach, klar. Das sind die Werkzeuge, die ich brauche. Ja, okay. Ich sollte vielleicht nicht sofort ein Müllwinter basteln. Lassen wir das. Gott, auch die Sounds. So maximal satisfying. Ich komme gerade nicht darauf klar. Das ist einfach richtig gut. Oh, da sieht man wie belegt. Oh, maximal convenient. Richtig gut. Safe progress. Ja. Erstmal speichern. Starving. Wie geht das jetzt auf die zwei? Eat. Gott, dieses Spiel ist so schön. Es saugt mich gerade schon auf. Oh, Gott. Ich will so ein Haus. Ich will so ein Haus haben. Greenhouse. Wir können ein Greenhouse haben. Wir brauchen anscheinend sehr viel Material. Kraft Items. Ah, Map. Das klingt gut. Wir brauchen sehr viele Sachen, glaube ich. Eine Hasenskulptur. Okay, das ist zu viel für mich. Das ist zu süß. Stopp. Ich fühle mich ein bisschen erschlagen davon, wie schön das Spiel ist. Weißt du, es ist mal ein bisschen baumfällig. Oh, mein Gott. Ah. Wie geil. Alle Sounds sind und so. Ah. Wie satisfying das klingt. Oh. Dieses Spiel fühlt sich an wie so eine Umarmung. Das ist das Gefühl, was ich gerade habe. Es fühlt sich gerade wirklich an wie so eine richtig feste, gute Umarmung. Wahrscheinlich gibt es auch noch den richtig festen, fiesen Arschtritt. Wir haben schon gelesen, dass es Bären gibt. Aber bisher ist es eher so eine cozy Umarmung. Oh, allein die Geräusche. Greenhouse hätte ich natürlich am liebsten zuerst. Ach, guck mal, da haben wir die Planken. Metallplatte. Und Kleber. Wir brauchen drei Metallplatten. Stealpipe. Da hatten wir welche. Gucken wir mal kurz oben. Da, Stealpipe. Da, Glue. Lime Minerals. Yellow Ash Leaves. Wir müssen aber auch uns darum kümmern, dass wir genug essen. Oder? Wie cool. Temperature too low. Ah ja, könnte helfen, wenn wir da Stickies reinmachen. Der Ofen quietscht, ne? Die Klappe. Ah, ist das schön. Oh, das dampft so schön. Ja, ich glaube, ich bin dafür, dass wir das Greenhouse zuerst machen. Das klingt doch so, als könnte man dadurch total gut Essen anbauen, oder? In so einem Survival Game ist es, glaube ich, sehr sinnvoll. Man hat das Gefühl, man spürt den Wind richtig. Ich liebe das Sounddesign. Zwölf von zehn, ey. Dehydrated. Oh no. Hilft auch gegen Durst. Nee, hilft nicht so gut, oder? Noch ein bisschen. Hm. Essen, trinken. Oh, ne Häschen. Oh, da läuft's weg. Wir müssen uns mal irgendwie ein bisschen umgucken, ob wir hier irgendwo was zu trinken kriegen. Oh, hallo. Noch ein Häschen. Oh, ne Kiste, oder so. Ja, ne Kiste. Leider nix zu trinken bekommen. Oh oh. Ich fühle mich sehr dehydriert. Nein, ich will nicht sterben. Da hinten ist Wasser, oder? Ja, doch, 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 doch. Wasser, Wasser, Wasser. 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 Oh Gott, schnell. Schnell. Nein. Es ist ein fließendes Gewässer. Man kann daraus trinken. Oh, das war knapp. Oh oh oh. Fantastisch. Oh Gott, jetzt ist es kalt. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen ganz schnell zurück. Vielleicht kriegen wir auf dem Weg noch irgendwelche coolen Dinge. Oh oh oh. Das geht jetzt aber richtig schnell. Oh oh. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ah. Ah. Komm schon. Lauf, 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 lauf. So. Geschafft. Puh. Word Dog Root. A green plant with edible. Ah. A slight bitter taste. Klingt jetzt nicht so lecker. Ach guck mal. Brauchen wir nicht jedes Zeugs? Was konnten wir damit noch craften? Irgendwas konnten wir craften. Die Karte, ne? Oh ja. Eine Karte. Tools. Oh ja. Wir machen eine Karte. Kompass auch gut. Aber ich glaube, ich mache erst mal eine Karte. Ich finde eine Karte richtig gut. Guck mal. Jetzt haben wir hier schon die Karte. Da unten ist Wasser. Wie cool. Es ist sogar markiert, wo wir gerade sind. Nice. Das ist doch hilfreich. So. Erstmal wollte ich jetzt noch ein bisschen was kochen. Nehmen wir mal einfach alles mit. Schmeißen wir hier Dinge rein. Guck mal. Man kann jetzt hier... Ah, das gibt weniger. Die geben mehr. Die haben unterschiedliche Werte, die Sachen. Das hier ist gegen... Ach, für Temperatur. Das hält einen dann eher warm. Ah. Weird. Sleepy. Oh Gott. Oh, guck mal. Meine Sicht verändert sich wohl. Dann schlafen wir mal. Erstmal die Euglein zumachen. Starving. Das kenne ich. Ich kenne das Gefühl. Das kann man sich auf jeden Fall merken. Man muss immer genug zu essen haben, dass man dann einfach auch direkt aus dem Bett direkt was fooden kann. So. Let's go. Jetzt sammeln wir mal Dinge. Ja. Ah. Das brauchen wir für den Kleber. Wollen wir den mitnehmen? Den Stein nehmen. Ah. Das ist ein Vogel. Seht ihr das? Das ist ein Specht. Bleibt da. Bleibt da. Oh, ist weg. Oh. Ich wollte gerade sagen, es wäre so toll, wenn wir Pilze finden. Da haben wir Pilze. Oh, sehr gut. Oh, noch mehr Pilze. Gibt das eingetragen auf der Karte? Nee. Das müssen wir uns merken. Hier gibt es Pilze. Moos. Ah. Das brauchen wir auch. Wüsste ich, dass hier einfach so eine Kiste ist. Das gucken wir nachher mal an. Und wir müssen auch gucken, ob wir Harz finden, ne? Auf dem Bild war zumindest ein gelber Baum. Weiß nicht, ob der auch in echt gelb sein muss. Vielleicht ist das ja... Ach, guck mal, da ist auch ein gelber Baum. Vielleicht... Uh, vielleicht ist das ein Waldgebiet, ein extra Wald... Also ein Waldgebiet mit diesen anderen Bäumen, an denen wir das Harz finden. Das könnte sein. Das könnte halt echt sein. Das müssen wir gleich mal überprüfen. Dann einfach alles einsammeln, was wir auf dem Weg noch so finden können. Wir müssen da schauen, dass wir genug Platz noch haben. Nicht, dass wir gleich keinen Slot mehr frei haben. Und wenn wir nämlich in ein neues Gebiet gehen, bekommen wir bestimmt auch nicht nur eine neue Sache. Wir finden gerade viel zu viele gute Dinge. Oh, hallo! Wer bist du denn? Oh, guck mal, ein Pfennigfox. Oh, wie süß bist du denn? Hallo! Oh Gott, ist das niedlich! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott, ist das süß! Alle drei Tage müssen wir ihn füttern. All animals love fish. Oh, wir müssen angeln. Oh, Pet. Wie süß er ist! Follow me, find loot. Go home, stay here. Tschüssi! Oh, der sucht jetzt Sachen! Oh Gott, das ist... Ich kann nicht mehr, das ist viel zu süß. Oh mein Gott. Ich könnte gerade weinen, weil es so süß ist. Ich wollte auch Kleber machen. Wollte euch jetzt erstmal den Kleber herstellen. Lime Mineral fehlt immer noch. Aber wir hatten ein neues... Wir haben hier eine Pickaxe. Wie hieß es? Steel Pipe, Steel Wire. Ich hoffe, wir haben genug. Und Fishing Rod. Okay, das kann ich mir alles nicht merken. Erstmal essen. Ist er immer noch... Warte mal. Er hat doch irgendwie gerufen, ne? Ich dachte, er bringt Sachen. Hallo! Was macht der jetzt? Muss ich dir folgen? Ich glaube, wir hätten hinterher rennen müssen. Pickaxe. Ich wollte gerade sagen, Nägel braucht sich doch gar nicht. Der hat Sachen markiert. In die Richtung war der unterwegs. Okay, klar. Wir müssen den ja mit Fisch schwittern, haben wir gelernt, ne? Jetzt haben wir halt richtig viel Krams im Inventar. Wir haben dann nicht mehr so viel Platz für Loot. Hoffen, wir kriegen noch einen größeren Rucksack. Das wäre toll. So, hat der das noch markiert? Ne, ne? Wo ist das Füchschen? Hallo? So, wir machen jetzt mal fein Loot. Jetzt laufen wir hinterher. Oh, so süß. Hä? Und jetzt? Suchst du überhaupt? Nee? Er weiß selber nicht, glaube ich. Hm. Da läuft er rum. Ah ja, hier hat er was. Was hast denn du hier? Hä? Ah ja, ein Stock. Danke. Wow. Er hat einen Stock gefunden. Mhm. Good boy. Vielleicht müssen wir ihn immer mitnehmen, dass er uns immer folgt. So, ich habe Angst, dass er uns irgendwie wegläuft, ne? Da ist er. Oh, was hast denn du jetzt? Oh, Dankeschön. Wir gehen jetzt nach Hause. Es ist kalt. Ah, und ich schlafe da hier ein. Schlafen Zeit. Go home. Hui. Ja, da hinten ist auch was. Oh, wie süß du bist. Oh mein Gott, du bist so süß. Oh Gott, mein Herz. Wir sollten mal jetzt was rangeln, weil wir müssen ja aufpassen, dass Füchschen auch was zu essen kriegt. Not hungry, aber ich will nicht, dass wir dann, dass er auf einmal hungrig ist und dann follow me. Ja, komm, komm mal mit. Follow me mal. Follow me, follow me, follow me. Vielleicht jagt er auch einfach mal einen Hasen. Wie wär's damit? Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem Angeln hinkriegen. Wir suchen nach Blubberblasens. Wir suchen nach Blubberblasen. Ich sehe die Fische sogar da unten. Weißt an, los. Ah, stimmt, wir müssen ja so machen, dass es sich bewegt. Es ist stuck. Nicht geklappt. Kann Füchs hier nicht für uns die irgendwie angeln? Ist das nicht möglich? Ich finde, Fennec kann das machen. Wir kriegen das hin, Leute, wir kriegen das hin. Ah, wo war's? Da. Da. Jetzt, catching den Fisch. Oh mein Gott. Oh, zu doll. Nein. Oh no, sie ist. Weißt an, los. Ich sehe die Fische da. Nein, es ist zu weit. Mach nochmal blub. Mach nochmal blub. Blub. Das ist gar nicht so einfach. Weißt an, los. Los. Mach nochmal blub. Mach nochmal blub. Blub. Oh. Too little tension. Okay. Ist nicht so einfach, Leute. Aber ich habe ihn schon länger gehalten. Okay, wir kriegen das hin. Wir müssen direkt, wenn es blub macht, da hin. Ah, das sind die zwei Sachen. Warte mal, habe ich eins gedroppt? Ne. Oh, voll gut. Es fühlt sich halt jetzt voll belohnt an, wenn man das schafft. Man muss erst mal rausfinden, wie es geht. Aber wenn man es dann einmal hat, dann geht es. Nicht, dass ich jetzt sage, super einfach. Man muss sich erst mal reinfuchsen. Ha. Für den Fuchs. Beiß an, los. Da, blub. Jetzt. Das war rechtzeitig, oder? Beiß an, los. Beiß an. Einen Fisch hätte ich ja noch. Ja. Oh. Ui. Oh. Nicht so doll. Nicht so doll. Oh, ich habe es. Ja, wir haben es. Noch einer. Oh, guck mal, ein anderer. Fishbone. Ha. Okay, sehr gut. Guck mal. Und das Beste ist, wir haben diesen... Bleib stehen. Hungry. Ah, guck mal, er isst. Wir haben diesen süßen Fuchs. Den ich Fennek genannt habe. Er heißt Fennek. Wie kann man so süß sein? Hallo. Oh mein Gott. So süß. Ich will ihn noch mal streicheln. Hallo, du. Noch mal streicheln. Oh Gott, süß. Okay, wo waren wir? Was haben wir gerade gemacht? Was brauchen wir? Ich bin gerade ein bisschen... Ich habe mich ein bisschen ablenken lassen. Was brauchen wir noch? Warte mal. Wir haben doch hier so eine schlaue Map, die irgendwas sagt von Erz. Wir laufen jetzt wieder einfach straight zu der Markierung. Wenn wir noch mal die Gelegenheit nutzen, noch mal trinken. Ist es wirklich hier oben? Ich weiß nicht, wie akkurat diese Markierung ist. Hä? Oh, ich laufe ganz falsch. Oh nein. Ich kann doch nicht so gut einschätzen, wie das mit den Entfernungen hier ist. So, jetzt sind wir ziemlich nah dran an der Markierung. Doch hier? Ne. Da oben dann doch? Das ist irgendwie... Ne. Ich glaube, es heißt wirklich nur, dass es in dem Gebiet irgendwo sein muss. Oh. Oh. Guckt mal. Ja, hier. Ja, hier brauchen wir das... Oh, vorsichtig. Pass auf. Pass bitte auf, ja? Das ist das Mineral, was wir brauchen. Ja, wir haben es. Okay, wir nehmen gleich mehr mit. Panic, bitte vorsichtig, ja? Was haben wir hier? Oh, ein Blueprint. Water Can. Ja, da müssen wir nicht dauernd zum Fluss rennen. Panic, Vorsicht. Weg aus dem Weg, bitte. Vorsicht. Der will halt immer dabei sein, ne? Bringt sich hier ein bisschen in Gefahr. Der kleine Feini. Vorsicht, Panic. So. Sehr gut. Jetzt könnten wir nach Hause und auf dem Weg einfach noch so ein bisschen Sachen einsammeln, die wir halt so sehen. Aber eigentlich haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Dinge. Jetzt können wir, glaube ich, wirklich den Kleber machen. Oh Gott, du bist so süß, wie du das schwimmst. Das hast du ganz fein gemacht. Oh nein, du bist so hungrig. Meinten, wurde uns nicht gesagt, dass wir den alle drei Tage nur füttern müssen? Warum ist der schon wieder hungrig? Hier, da ist der kleine Süßi. So. Oh, hier. Guten Hunger. Einmal das. Einmal das. Ich weiß gar nicht, ob wir mehr davon brauchen. Oh, perfekt. Zweimal Kleber. Fantastisch. So. Das schaffen wir auch. Richtig gut. Gut Progress gemacht jetzt. So, dann. Wir haben endlich alle Sachen. Ja, wir haben einen Garten. Oh, voll schön. Oh mein Gott. Ist das schön. Ich wünschte, ich hätte sowas. Oh. Oh Gott. Oh, das ist so schön. Oh mein Gott. Wie hübsch das auch schon wieder ist. Das ist alles so schön. Warum ist dieses Spiel so schön? Ich glaube, wir müssen es gießen, ne? Ach, guck mal. Es hat sogar einen Wasserstand. Oh Mann, ey. Ich komme nicht darauf klar, wie süß das ist. So, aber erstmal müssen wir angeln gehen. Wir können Wasser holen und angeln gehen. Was können wir jetzt tun? Oh ja, das war es schon. Ich will jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen angeln können. Wenn wir noch so ein Fisch... Ja, da. Oh, ich habe daneben gedrückt, glaube ich. Mal sehen, ob es klappt. Ja! Uh, komm schon, komm schon, komm. Uh, das war knapp. Oh, das war richtig knapp. Sehr gut. Okay. Dann geht es mal nach Hause. Ja, perfekt, Leute, oder? Oh, Gott. So hübsch. Möchte dieses Haus. Genau dieses Haus. Not hungry, sehr gut. Du bist ein Feini, weißt du das? Ich platze wirklich gleich, weil der so süß ist. Oh Gott, wie er mich anguckt. Ich kann noch nicht hingucken. Okay, ich kann noch nicht hingucken. Ich schlafe jetzt. Der ist so süß. Der ist so süß. Der ist so unendlich süß. Verboten süß ist der. Das nehmen wir mit, ne? Ein bisschen essen. So, und jetzt erst mal gießen. Oh, das wollte ich noch machen sollen, glaube ich. Wie ist denn... Oh. Oh. Das ist wie mein echtes Leben gerade. Erst mal drei Stunden Pflanzen gießen. Ja, gut. Aber ich glaube, wir belassen es dabei an dieser Stelle. Ich glaube, wir belassen es dabei. Für heute. Oh Gott, war das schön. Ich habe es geschafft. Ich bin nicht geplatzt. Bin nicht geplatzt, weil der Fuchs so süß ist. Wir belassen es dabei. Wir werden wann anders weitermachen. Nochmal mit einem letzten Blick hier. Dann können wir uns nochmal kurz von diesem wunderschönen Haus verabschieden. Es ist so schön. Ich wünschte, ich hätte in Wirklichkeit... Ich hätte so ein Haus. Also allein dieser Wintergarten. Das ist so schön. So, also... Sagen wir natürlich... Ganz wichtig. Ganz wichtig. Tschüss, lieber Fuchs. Bis zum nächsten Mal. Du fehlst mir jetzt schon. Ich muss dich nochmal streichen. Tschüssi. Du bist so süß. Okay, bevor ich noch platze, muss ich das jetzt wegmachen. Ich muss dich noch mal verabschieden. Vielen Dank.